Kannst du dich vielleicht vorstellen und sagen ein bisschen, wer du bist und was du machst? Gerne. Mein Name ist Camilla. Ich bin Aktivistin, Medienmacherin, ich studiere auch noch und bin in verschiedenen Projekten verwickelt, wo wir im Antidiskriminierungsbereich arbeiten. Kannst du uns ein bisschen erklären, was Intersektionalität ist? Intersektionalität ist ein theoretisches, analytisches, empirisches und handlungspraktisches Werkzeug, das uns zeigt, wie zwischenmenschliche Machtverhältnisse oder Verhältnisse einfach als Differenzverhältnisse funktionieren und das kann man jetzt dekonstruieren, weil hinter diesem Begriff Intersektionalität einfach ein riesengroßer Körper an Literatur und eben Theorie entstanden ist, seitdem der Begriff von Kimberley Crenshaw – dazu komme ich gleich noch ein bisschen – geprägt wurde, 1989. Und empirisch eben auch aufgrund dessen, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit vielen Themen mittlerweile viele Bezüge zur Intersektionalität gibt. Und was Intersektionalität uns jetzt eigentlich zeigt ist, dass verschiedene Diskriminierungs- und Machtsysteme eben in Gemeinsamkeit funktionieren. Sie verstärken sich gegenseitig und ergänzen sich, sie bauen aufeinander auf und begünstigen sich auch. Also ein bisschen noch einfacher erklärt erfahre ich als Schwarze Frau sowohl Rassismus als auch Sexismus beispielsweise und ich kann diese Diskriminierungsformen auch gleichzeitig erleben. Und um dieses Phänomen zu beschreiben, wurde dieser Begriff eben ins Leben gerufen durch Kimberley Crenshaw. Das ist eine schwarze Menschenrechtsaktivistin, die auch Juristin ist und anhand eines Gerichtsfalls erkannt hat, dass eben Frauen Sexismus und Rassismus gleichzeitig erfahren und das aber gesellschaftlich nicht berücksichtigt wird. Und es ist eben deswegen so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil wir beispielsweise nicht Rassismus abschaffen können, wenn wir Klassenverhältnisse ignorieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass Intersektionalität schon vor Kimberley Crenshaw existiert hat. Zwar nicht unter diesem Begriff, aber schon in vielen aktivistischen Praktiken und in vielen Auseinandersetzungen. Und dieses Konzept, das dahinter steht, stammt eben aus den Kämpfen von Antisklaverei-Aktivistinnen und Feministinnen in den USA. Und erst wenn wir ein Verständnis für diese Mehrdimensionalität haben, die in Diskriminierungs- und Machtsystemen einfach vorherrscht, können wir überhaupt erst Handlungen, Praktiken entwickeln, um dagegen zu kämpfen, um auch entgegenzuwirken und da was zu machen. Wie kann man Intersektionalität jetzt auch gezielt zum Beispiel für die Universität denken? Für die Universität, ich glaube, da gibt es voll viele Zugänge, wie man Intersektionalität berücksichtigen kann in der Uni. Also das fängt an natürlich, wenn wir jetzt uns überlegen in Regionalstudien, wenn wir zum Beispiel über Lateinamerika- oder Afrika-Wissenschaften sprechen, dann ist Intersektionalität insofern wichtig, als dass wir erstens auch weg müssen von einem eurozentrischen Blick auf die Wissenschaft, aber auch eben verschiedene Lebensrealitäten in ihrer Komplexität verstehen müssen. Es ist aber auch wichtig, indem wir zum Beispiel Zugänge schaffen, also wer studiert, wie viele Kinder aus ArbeiterInnenfamilien können an der Universität studieren, können sich das leisten, wie viele Personen aus Familien mit Migrationsgeschichte können studieren, was ist der Anteil von Frauen oder von queeren Menschen in dieser Gruppe. Aber auch wenn wir über Zugänge sprechen, müssen wir auch über Barrierefreiheit sprechen. Die Universität ist das Universitätsgebäude barrierefrei. Haben Leute im Rollstuhl beispielsweise Zugang oder wird berücksichtigt, dass es Menschen gibt, die Neurodivergent sind oder Dyslexie haben und wird berücksichtigt beispielsweise auch, dass alleinerziehende Mütter studieren und so weiter. Das kann man immer weiter spinnen. Eine Wissenschaftlerin hat immer eine Position, aus der heraus auch ein Forschungsinteresse entsteht und natürlich ein Forschungsinteresse einer weißen Mittelschichtperson anders ist als einer ArbeiterIn oder einer Person of Color oder so. Ja, total. Ich glaube, dass man dann halt einfach versäumt, dass es so viele andere Perspektiven auf Dinge gibt und so viele andere Zugänge zu den Themen. Also man sagt ja immer, man muss objektiv sein, wenn man zum Beispiel, ja, wenn man forscht. Aber objektiv ist ja eigentlich niemand. Wir sind ja alle geprägt durch unser Heranwachsen, durch unsere Umgebung, durch die Menschen in unserem Leben. Die Universitäten verwenden den Diversitätsbegriff, um sozusagen diese Themen der Verschiedenheit, also wie ist es auch das Versuchen, das sich zu öffnen für verschiedene Realitäten? Wie findest du, passt dieser Begriff mit Intersektionalität zusammen? Das sind auf jeden Fall Begriffe, die oft auch zusammen irgendwo stehen und zusammen gedacht werden und auch irgendwie zusammen gehören. Aber auf jeden Fall beides Begriffe, die man auch ein bisschen natürlich immer kritisch hinterfragen muss. Und wenn wir über Diversität sprechen, ist es halt oft so, dass Diversität einfach nur ein schönes Wort ist, aber im Endeffekt keine Praxis. Und bei der Intersektionalität verhält sich das so ein bisschen ähnlich, dass wir halt dadurch viele Erkenntnisse gewinnen und viel analysieren können. Aber dass wir die Praxis der Intersektionalität erst entwickeln müssen. Wir müssen erst schauen, wie wir jetzt damit umgehen, wie wir damit umgehen, dass so viele Systeme eben wirken. Da gibt es halt auch keine eindimensionalen Lösungen für mehrdimensionale Probleme. Wenn die Universität jetzt dieses Thema Intersektionalität mehr aufgreifen würde, auch in der eigenen Organisationskultur, in der eigenen Praxis, was bräuchte es deiner Meinung nach als Expertin, aber auch noch so ein bisschen die Frage aus der Perspektive von Studierenden, die auch genau von diesen Diskriminierungsachsen betroffen sind? Also ich glaube, dass das einerseits extrem wichtig ist, dass die Gestaltung von Universitätsleben, Inhalten etc. noch viel mehr miteinander gemacht wird, auch mit Studis und mit jüngeren Generationen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über konkrete Maßnahmen sprechen, und ich fokussiere mich mal beispielsweise auf die Überschneidung von Rassismus und Sexismus. Was ist denn mit alleinerziehenden Müttern? Oder wenn wir beispielsweise darüber sprechen, dass Menschen mit Migrationserfahrung mehr Zugang zur Uni bekommen sollen, dann muss man sich vielleicht auch die Frage der Mehrsprachigkeit stellen. Ich glaube, man muss irgendwie erfinderisch werden und zuhören und miteinander ins Gespräch kommen einfach. Genau, was mich noch interessieren würde, ist, die Universität sehe ich so ein bisschen wie so einen zwiespältigen Ort, weil einerseits ist es natürlich so, dass ganz viel von diesem Wissen an der Universität produziert wird und eben diese Kämpfe auch über die Universität von Studierenden, Studierendenbewegungen irgendwie ausgehen und das auch dann sozusagen in die Gesellschaft getragen wird. Andererseits sehe ich aber auch oft so ein bisschen, dass die Universität dadurch sozusagen von sich selbst ausgehend sagt, naja, aber wir produzieren ja dieses Wissen und wir sind alle so links oder so antirassistisch, deshalb gibt es das auf der Universität eigentlich nicht. Also so, dass sie sich selbst so ein bisschen als immun gegen solche Vorwürfe irgendwie auch zeigt, die Universität. Sobald Leute denken, dass sie irgendwo angekommen sind und bereits alles wissen und nicht mehr weiter an sich arbeiten müssen, haben wir verloren, weil ich glaube, man kann immer was Neues, also ich weiß, man kann immer was Neues dazulernen und man ist nie fertig mit diesem Prozess der Dekonstruktion von Dingen, die uns einfach vermittelt werden, seit wir auf die Welt gekommen sind und ich denke, man muss immer kritisch hinterfragen und besonders eben in so Räumen, wo Leute glauben, dass sie sich schon informiert genug sind, ist es dann besonders schwierig auch so Fragilitäten irgendwie zu entgegnen. Der Umgang mit Kritik ist sehr schwierig und auch der Zugang, also die Offenheit auch für neue Leute, die Offenheit zum Beispiel, Leute an den Kämpfen mit Teilhabe zu lassen, die nicht in einem Unikontext sind und beispielsweise nicht Angela Davis schon gelesen haben, das ist ganz schwierig dann irgendwie, dass Leute dann irgendwie auch sehr überheblich und eingebildet werden und es gar nicht mehr schaffen, irgendwie ein normales Gespräch mit einer Person zu führen und eben auch direkt getriggert sind. Also ich kann das verstehen, dass wenn diskriminierende Aussagen getroffen werden, dass das verletzend ist, aber wenn die Person mir gegenüber eigentlich interessiert ist an dem Thema und Fragen stellt und versucht es zu verstehen, dann muss ich die Person auch irgendwo an der Hand nehmen und sagen, ja schau, da kannst du dich informieren, das kannst du lesen und auch natürlich sagen so, das wird mir gerade zu viel, ich mag das Gespräch nicht weiterführen, aber es wenigstens irgendwie respektvoll machen. Vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Ja, danke schön. Ich freue mich voll, hier gewesen sein zu dürfen. Ja, danke, wir freuen uns, dass wir dich da hatten. Danke.